Sie möchten ein ganz individuelles Praxisschild? Kein Problem! Im Buchner Online-Shop geht das ganz einfach. Wir zeigen Ihnen hier, wie Sie in wenigen Schritten Ihre Wunschschilder gestalten können. Wählen Sie Ihr gewünschtes Produkt im Shop über die Suche oder die Kategorie Navigation aus. Klicken Sie auf Schild gestalten. Nun öffnet sich der Gestaltungs-Editor und Sie können mit der Gestaltung beginnen. Beim Praxisschild ziehen Sie zunächst ein Textfeld über Text hinzufügen auf die Fläche. Das Feld lässt sich mit den Pfeilen und der Maus vergrößern oder verkleinern. Durch Doppelklick in das Textfeld können Sie mit dem Schreiben Ihres gewünschten Textes beginnen. Markieren Sie den geschriebenen Text und wählen Sie in der Leiste auf der rechten Seite die gewünschte Schriftart, Größe, Farbe und Platzierung des Textes aus. Sind Sie mit Ihrem Ergebnis zufrieden, klicken Sie auf Zur Vorschau, um sich noch einmal das Ergebnis anzeigen zu lassen. Passt alles, gehen Sie auf Fertig. Nun werden Sie zurück in den Buchner-Shop geleitet und können Ihr individuell gestaltetes Schild in den Warenkorb legen. Ein letzter Check. Bitte bestätigen Sie hier verbindlich, dass Sie das angezeigte Schild genau wie dargestellt bestellen möchten. Viel Spaß beim Gestalten!